Ziele voraus. Feuer einstellt, das sind so viele. Tut nichts Dummes, Leute. Okay, bereit machen. Vorwärts. Ja, einfach mal so vorbei. Ja, alles sicher. Sekunde. Lass die Schlossseife. Sicher. Noch zwei auf der Brücke. Wir müssen es erledigen. Warten, bis der Truck vorbei ist. Jetzt. So, ich nehme den linken. Vorwärts. Yeah, diesmal hat es ja geklappt. Ja, lecker. Ist das eine Unterhose? Das sah von weitem irgendwie so aus. Bäm. Zack. Sehr nett. Und sehr elegant. Okay. Ah, da ist die Leiter. Zack. Feinde nähern sich. Fünf Meter. Okay, in Sicht. Soll ich das einfach so abknallen, oder? Ach, hier ist plötzlich. Ich bin halt Feuerlaut und ist zu depp. Warum laufen? Ich dachte, ich war hier oben. Oh, Junge. Wollt das Spiel das jetzt so, oder? Aua. Oder nicht. Wir sterben. Sicher. Hier ist kein Schwein. Nikolai, die Fabrik ist eine Sankkasse. Na, Karow ist nicht da. Dann muss ich ins Militär-Auffahrt hier in der Stadt Mitte begeben haben. Dann geht's jetzt dahin. Jo, diesmal nix mit Schleichern. Kein Fall, Suffeld! Hey! Okay. Wo hat der jetzt geschossen? So, kommen wir da irgendwo durch, dann. Ja, das ist ein hohen. Und Gegner, aha. Yeah! So. Gestatte. Wo hat der jetzt geschossen? Oh ok so der preis ist ganz schnell unterwegs so ok ja wow ok so dann nochmal hallo warum kann ich den nicht messern ey und der sagt dann verrückt auf welte ja toll ja an dem vorbei komme ich auch nicht hallo war doch easy ja 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 ja